Da ist er, der Streamingplan für die aktuelle Woche. Und es gibt dreimal Dota und zweimal Divinity 2. Zumindest in der normalen Woche ohne Wochenende. Weil Wochenende kann ich noch nicht planen, da gebe ich euch dann zum Freitag hin Bescheid. Aber jetzt Montag bis Freitag haben wir jetzt erstmal jetzt, jetzt gleich Dota, jetzt gleich. Streamingplan hochladen und dann loslegen, 19 bis 22, 30. Und Dienstag und Freitag jeweils ab 17.30 bis 22.30 Uhr Dota. Und Mittwoch und Donnerstag, 13 bis 18.00 Uhr Divinity 2. Tja, kurz und knackig. Ich hoffe, ihr schaut rein. Ich freue mich drauf und wie gesagt, jetzt geht es gleich los. Bis dann.